Ja, das ist so mal ein Bunker, wo ich ein bisschen Musik mache, produziere Ein paar Lasereffekte gehören ja auch dazu Hier haben wir einen Burkhaze Hier unten auch noch mit Lasereffekt Aber jetzt gehen wir mal zu einem Dissku Hier zum Beispiel meine Flyer Zwei verschiedene Mein Umschlag Der Ehlencover Papier Und hier nach links in großer Schüttung Aha Meine Visiten kam Und was sie da hinter diesen Sachen sind Das sind Konfetti-Botten Für etwas Fimmel Aha Ich werde das mit dem Ich werde das mit dem Ich werde das mit dem Ich werde das mit dem